Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute das Video an. Body Positivity ist gescheitert vom lieben Parabelritter. Kurzes Statement von mir, könnt ihr auch gerne direkt in die Kommentare schreiben oder in den Twitch-Chat. Thema Body Positivity grundsätzlich ist wichtig, dass jeder sich wohlfühlt in seinem Körper und dass die ganze Instagram-Geschichte, da zeigt sich jeder nur von seiner besten Seite. Und ich glaube, dass dadurch auch auf jeden Fall Minderwertigkeitskomplexe entstehen. Allerdings finde ich dieses extreme Body Positivity, wenn Leute 250 Kilo wiegen oder ob wir es adipös sind, schwierig, das als positiv darzustellen, weil es halt faktisch gesehen einfach ungesund ist. Blutdruck, Diabetes und den ganzen Quatsch. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin auf dieses Video gespannt. Ich habe so das Gefühl, vielleicht wird das ganz anders sein, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf dieses Video abspielt oder aufzielt, dass halt dieses geistesgestörte, adipose Ding nicht Body Positivity sein sollte. Und ja, ich bin mal gespannt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Letztens haben wir in unserem Stream dieses 13-Fragen-Video gesehen. Der anwesende Arzt sagte folgendes. Ich bin jetzt einen Schritt zurückgegangen, nur weil ich einen Fakt genannt habe. Und ich finde, das kann einfach nicht sein. Das ist ein Riesenproblem, dass man nicht einfach, man ist statistischer Fakt, okay, es ist so, es ist eine Kummer. Es gibt bestimmt auch andere Statistiken, die dir auch was anderes beweisen. Ganz klar bitte nochmal sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Fakt und Interpretation. Und wenn ich dann oder wenn jemand anderes eine andere Meinung hat, finde ich es auch völlig okay zu sagen, sorry, aber das finde ich nicht in Ordnung. Fakten wurden damit Meinungen auf eine Ebene gelegt. Boah, das finde ich immer richtig schlimm. Das finde ich immer richtig schlimm. So dieses, also ich, nee, egal, egal, wir schauen erst mal weiter, wir schauen erst mal weiter. Und niemand griff ein. Und da bin ich vielleicht ein kleines bisschen explodiert. Wenn wir Diskussionsrunden zulassen, in denen Fakten nicht mehr zugelassen werden, weil man sie ja jetzt in dem Moment nicht nachgoogeln kann, dann sind die obsolet. Es ist obsolet, mich interessiert so ein Scheißdreck, was Leute... Also so wie das gerade zusammengeschnitten wurde, hat er einen Fakt genannt. Und Beispiel, keine Ahnung, 1 plus 1 ist 2 und dann hat sie gesagt, so hat sich das erst mal in der ersten Sekunde angehört, ich weiß noch nicht, wie es weitergegangen ist, dann hat sie gesagt, ja, aber es gibt bestimmt auch andere Studien und das ist, finde ich, völlig okay zu sagen, sehe ich anders. So habe ich es jetzt erst mal verstanden. Und wenn das wirklich so der Fakt ist, dann ist das schon mal das erste L des Tages. ... zu irgendwelchen Themen, wenn es um eine Sachdiskussion geht. Das ist völlig irrelevant. Aber die Leute verstehen den Unterschied nicht mehr. Ich weiß, dass ich damit gleich einen kompletten Shitstorm produziere, aber es muss sich endlich mal jemand trauen, das klipp und klar auszusprechen. Deswegen mache ich das jetzt. Body Positivity ist gescheitert und hat von Anfang an das Falsche gefordert. Und ich sage euch jetzt, wieso. Oh, gutes Video, okay. Ich bin gespannt. Wie steht ihr zu Body Positivity? Es ist halt, ja, ja. Grundsätzlich kann man da eigentlich nichts dagegen haben. Wagen, über Body Positivity zu sprechen, dieser weiße CIS-Mail. Leute. Oh ja, schwierig. Wisst ihr, ich bin behindert. Diese Prothese verbirgt im Alltag notdürftig, wie ich wirklich aussehe. Diese Prothese trage ich nur für Videos, damit nicht jeder zweite Kommentar unter dem Video ist, was ist mit seinem Auge passiert. Eine meiner ersten Erinnerungen ist, wie meine Eltern auf mir knien und versuchen mit Glashaken eine viel zu dicke Schalenprothese aus meinem Kopf herauszuholen. So hat man das für über 20 Jahre noch gemacht. Das war kurz bevor ich in den Kindergarten gekommen bin. Ich sollte so aussehen wie alle anderen, um mir zu ersparen, dass ich gemobbt werde. Aber es hat sich entzündet. Ich habe es nicht vertragen. Und dieser ganze Akt hat mich komplett traumatisiert. Für viele Jahre. Und damals ging das nur auf diese Weise. Also kein Glasauge für kleinen Alex. Damals dachten die Ärzte noch, mein Gesicht würde sich aufgrund des fehlenden Drucks, den zum Beispiel so eine Prothese da machen würde, einfach verformen. Tolle Aussichten, oder? Bis zur fünften Klasse wurde ich massiv gehänselt und ausgeschlossen von den anderen Kindern. Ich wurde literally deswegen verprügelt. Ich habe das für völlig selbstverständlich gehalten. Erst rückblickend ist mir aufgefallen, wie viel Scheiße ich als Kind erlebt habe. Aber was soll man machen, wenn man das Kind ist, das anders aussieht? Kinder, ganz schlimm bei sowas, ne? Ey, ganz schlimm. Und ich glaube, das ist im Menschen irgendwie drin. Ich glaube, du wirst Mobbing nie rauskriegen. Also das ist irgendwie, irgendwie ist das so ein Menschending, oder? Leute, das hat mich fürs Leben gezeichnet. Ich hätte mir damals gewünscht, dass es irgendein Verständnis auf den Dörfern gegeben hätte für Menschen, die anders aussehen. Erst als ich es dann geschafft habe, meine Panik zu überwinden, auf eine neue Schule gekommen bin und da dann ein Glasauge drin hatte, zog für mich so eine gewisse Normalität ein, weil dann sah ich nicht mehr behindert aus, sondern ich habe einfach nur geschielt. Schielen ist besser. Dann wirkt man nur noch ein bisschen anders. Und damit erwähne ich jetzt gar nicht die Demütigung, dass man mich auf eine Sonderschule deswegen schicken wollte. Und was das für mein Leben bedeutet hätte, wenn meine Eltern das nicht auch als völlig schwachsinnig anerkannt hätten. Aber Body Positivity ist nicht die Bewegung, die kleinen, einäugigen Jungs hilft. Denn Body Positivity ist nicht inklusiv. Schauen wir uns doch mal an, wo das Ganze herkommt. Gehen wir doch mal ins Internet und überprüfen das. Aha. Schauen wir doch mal. Google doch mal hier in der Merkel GmbH mit dem Merkel-Maulkorb. Da wirst du ja mal sehen hier. Body Positivity kommt vom Fat Acceptance Movement der 60er Jahre. Ursprünglich ging es da wohl um soziale Gerechtigkeit, Diversität, intersektionale Antidiskriminierung. Steht zumindest auf Wikipedia so. Das hat sich aber alles ganz anders entwickelt. 2012 begann der Begriff auf Instagram bekannt zu werden. Und was daraus geworden ist, habt ihr eigentlich alle gesehen. Eine Studie der University of Nevada von 2021 sagt, den Hashtags der Body Positivity Bewegung mangelt es an Diversität, da die Mehrheit der Top-Posts gesunde, junge und weiße Frauen repräsentiert. Plattformen wie TikTok verhindern aktiv, dass Inhalte von offensichtlich behinderten Menschen verbreitet werden. Wie viele deutsche Influencer mit einer optisch sichtbaren... Finde ich aber krass, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr TikTok benutzt, gerne mal hier Bezug nehmen. Ich kann das nicht bestätigen. Mir wurde oft... Mir wurden oft TikToks von Menschen im Rollstuhl vorgeschlagen oder... Oder vielleicht wurde es mittlerweile schon geändert. Ich weiß nicht, wann der Artikel war. Aber es gibt auch so einen FIFA-Streamer, der auch im Rollstuhl sitzt. Der ist auch sehr, sehr klein. Kleinwüchsig, glaube ich. Der hat ganz... Ich glaube, mit Sicherheit ganz viel Scheiße gesehen in seinem Leben oder erlebt. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile geändert haben, aber ich kann das jetzt nicht bestätigen, dass mir Content nicht vorgeschlagen wird von Leuten, die eine Behinderung haben. Wie ist es bei euch? Deutlichen Behinderung, kennt ihr? Nick Luzi, genau. Na? Genau. Weil es den Konsumenten irritiert, weil es nicht standardmäßig schön ist. Aber wie viele kleine einäugige Jungs gibt es denn, die auf so eine Missrepräsentation hinweisen können? Die Studie stellt auch fest, dass die Hashtags, die diese Bewegung umgeben, vom Mainstream übernommen und verzerrt wurden. Oh nein, wie konnte das bloß passieren? Äh, achso, wegen Geld. Ach ja, klar, genau, deswegen konnte das passieren. Erinnert ihr euch noch an diese DARF-Kampagne? Fantastisch. Selbst reflektieren. Einfach mutig. Der Beginn eines revolutionären Wahrnehmungsschifts. Was sehen wir denn hier? Wir sehen gesunde Frauen in gesunden Körpern. Meint ihr etwa, dass 2010 das hässlich war? Dass Menschen sich 2010 dieses Bild angeschaut haben und sich gedacht haben, bäh, dass man sie umerziehen musste, dass sie das als schön erkennen konnten? Was wir übrigens nicht sehen können, sind Behinderung oder krankhafte Fettleibigkeit. Aber dazu später. DARF riskierte gar nichts und bekam dafür einfach ein Virtue-Orden angesteckt. Bisschen totenartig. Weiß ich nicht, warte, ich hoffe, ich hab's richtig verstanden. Ärgert er sich gerade darüber, dass das eigentlich keine... Okay, ich glaub, sein Statement ist jetzt gerade, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass das hier nichts ist, wo sich DARF aus dem Fenster gelehnt hat, weil die Frauen alle gesund sind und top aussehen. Aber ich find, also, wenn's so ist, dann seh ich das ein bisschen anders, weil ich find, äh, ich find, man kann das schon objektiv sagen, dass das keine typischen, zur damaligen Zeit, äh, äh, Models von so einer Marke waren, oder? Also, ich find schon, dass das ein Schritt in eine richtige Richtung gewesen ist, weil das halt nicht die typischen, äh, dünnen Models waren oder perfekt gebauten Männern oder Frauen, die sonst auf diesen Werbungen waren. Also, wenn ich das so, wenn das so seine Aussage war, dass das jetzt nicht unbedingt ein Schritt in eine richtige Richtung war, dann seh ich das ein bisschen anders. Ich find, das kann man schon so sagen, dass das ein, äh, also, dass das auf jeden Fall ein Risiko war, hätte ja auch schlecht ankommen können, so, I don't know. Was wir übrigens nicht sehen können, sind Behinderung oder krankhafte Fettleibigkeit. Aber dazu später. Darf riskierte gar nichts und bekam dafür einfach ein Virtue-Orden angesteckt. Bisschen tokenartig eine nicht-weiße Hautfarbe mit reingemixt und Männer stehen da auch nicht. Nee, natürlich kein Plus-Size, äh, und so weiter, aber da, also, du musst ja auch, also, musst dich da ja auch irgendwie ein bisschen rantasten. Du kannst ja nicht direkt mit der, äh, mit der Kirche ins Haus fallen. Gibt's da Sprichwort? Dann war das Bild von Body Positive aber vorher bereits verzerrt. For fuck's sake, also, manipulativ as always, aber irgendwie ist es niemandem aufgefallen. Und das steht stellvertretend für einen Großteil der Werbung, die darauf folgte. Und dass wir Werbung so viel Bedeutung in unserer Kultur geben, ist eigentlich auch schon sehr, sehr traurig, aber, was soll man machen? Die Message dahinter ist, du musst dich einfach nur selbst lieben. Also, wenn du gesund und gut aussehend bist. Habt ihr jemals eine Werbung mit einem Einäugigen gesehen? Ich mein's ehrlich, also, habt ihr jemals eine Werbung mit einem Einäugigen gesehen? Ich frag wirklich aus Interesse. Glaub ich nicht. Eine Werbung, wo es nicht um Piraten geht, oder um Monster, oder irgendwelche Stereotypen, die dadurch dargestellt werden. Hier wird geschrieben, darum geht es ja, es sind normale, gesunde Frauen. Ja, aber, also, machen wir uns nichts vor. Zu der Zeit ist es nicht normal gewesen, normale, gesunde Frauen zu zeigen, sondern angeblich perfekte, gefotoshoppte Models. Oder nicht? Oder sehe ich das jetzt wirklich gerade falsch? Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, war es schon was Besonderes. Hä, oder bin ich gerade dumm? Keine Bösewichte, keine Schorken, keine Zyklopen. Einfach nur ein Mensch, unkommentiert, mit nur einem Auge. Kennt ihr nicht, weil es sich nicht lohnt. Es gibt das Stereotyp der physischen Attraktivität. Menschen, die wir attraktiv finden, denen schreiben wir unterbewusst sehr viele positive Attribute zu. Ob sie sie verdienen oder nicht. Wir können Leute auch aus anderen Gründen attraktiv finden. Beispielsweise aus Attitüdenähnlichkeit. Ich verlinke euch dazu. Ja, bergst du ein bisschen Wuppertal, Wuppertal, repräsent. Ey, Baffelt, ey, Baffelt. Meine Studie da unten. Just saying. Aber es gibt sehr, sehr viele evolutionäre Standards und ein paar, die kulturell geprägt sind. Uns zu negieren, dass wir denen unterliegen, ist unwissenschaftlich. Also spart es euch bitte einfach gleich. Wenn sich Firmen gegen diese Standards entscheiden, kostet sie das automatisch Geld. Es macht für Firmen keinen Sinn, Werbung zu produzieren, die außerhalb dieser Richtlinien läuft, weil sie ansonsten einfach Geld verlieren. Und einer der entscheidenden Faktoren ist Symmetrie. Okay, hier ist ein Pickel weg, hier ist der Pickel, die Augen sind gerader, sind die Nasenflügel ein bisschen dünner, kann das sein? Ein Auge zu haben, ist nicht symmetrisch. Ihr seht auf diesem Plakat von Darf eine Reihe von wunderschönen, gesunden und vor allen Dingen auch mit hübschen Gesichtern versehenen Menschen. Deswegen haben auch die Plus Size Models symmetrische Gesichter. Sie halten sich noch nicht mal an ihre eigene Message und ihr bemerkt es nicht. Ihr lasst euch von Firmen an der Nase herumführen, die so tun, als ob sie tatsächliche Diversität der Optik zelebrieren würden, obwohl sie es nach wie vor nicht tun. Ja, also safe, also absolut, dass da hinter einem immer eine Marketingstrategie steckt und so, das ist hundertprozentig, da hat er absolut recht. Ich finde aber, ich weiß nicht ganz, wie er sich das dann halt vorstellt, also es ist halt nicht, man muss ja irgendwie immer so einen Mittelweg finden. Du kannst ja, also ich finde, du kannst nicht erwarten, dass direkt, wenn, also ich weiß, was er meint, ich glaube, er regt auf, dass Darf sich so hingestellt hat, als ob sie jetzt was Neues machen. Wir sind jetzt toll, wir legen Werte auf die echten Menschen, aber dann wurden trotzdem symmetrische und gesunde Menschen gezeigt, die vielleicht für die damalige Verhältnisse ein, zwei Kilos mehr drauf hatten. Okay, jetzt check ich dafür, was er meint. Und absolut da safe, ne, das ist wieder dieses scheinheilige, kapitalistische, äh, äh, Rumgesülze von den, von den Unternehmen. Ähm, hat er recht, ich finde aber trotzdem, dass es immerhin ein Schritt in die halbwegs richtige Richtung war. Also es ist halt, also wo, 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 also was erwartet er denn? Er kann ja nicht erwarten, dass jetzt auf einmal, äh, in unseren Zeiten, wo so schnell geurteilt wird, äh, einfach die komplette marketingstrategie wirklich in den Abgrund geschüttet wird und dann nur noch Models hingestellt werden, wie andere Leute, die vielleicht, keine Ahnung, nicht symmetrisches Gesicht haben, äh, äh, zu viele Kilos drauf haben, zu wenig Kilo draus haben, es geht ja in alle Richtungen. Ich finde, das kann man nicht von heute auf morgen, äh, reinpacken. Finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Tun. By the way, mir ist es persönlich völlig egal, ob es einäugige Models gibt. Ich fühle mich davon nicht unterdrückt, ich fordere keine Quote, weil ich weiß, wie Werbung funktionieren muss. Dass dieser Glaube immer noch existiert, dass Firmen sich für Menschen interessieren. Ja, das stimmt halt nicht. Was ist los mit euch? Und dann merkt ihr, wie wir abgedriftet sind. Das führt einfach komplett an dem vorbei, worum es eigentlich gehen sollte. Kinder sollten lernen, drüber hinwegzusehen, wie andere Kinder aussehen und zu erkennen, dass sie, auch wenn sie anders aussehen, keine Menschen zweiter Klasse sind. Das ist die Grundsache, auf dem das alles fußen sollte. Und nicht, welche Firma verkauft mit welchem Virtue Signaling welches Produkt an wen. Fühl dich doch einfach schön, so wie du bist. Ja, sie schieben die systematische Verantwortung einfach weg, überlassen dir das Problem. Du musst dich fragen, warum du dich aber trotzdem nicht schön fühlst. Und dann verkaufen sie dir Make-up. Das ist genau der zynische Humor, auf den ich Bock habe. Die meisten Marken produzieren ihre Kleidung einfach für Mini-Größen und skalieren sie dann einfach nur hoch, weil ist uns doch egal. Noch absurder ist, dass manche Firmen, die mit Plus-Size-Modeln werben, diese Größen überhaupt nicht anbieten. Um genau zu sein, hat sich nichts verändert. Die Menschen, die tatsächlich ein bisschen Repräsentation und Unterstützung nötig gehabt hätten, werden nach wie vor ausgeschlossen, weil man sie einfach nach wie vor für zu hässlich hält, um mit ihnen Geld zu verdienen. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt der ganzen Awareness. Wie weit sich Brands mit ihrem Virtue Signaling Anbietern und Produkte an Menschen verkaufen, während diese dann weiterhin Probleme internalisieren können. Womit für diese Menschen noch viel mehr Schaden erzeugt wird. Denn Body Positivity ist hart toxisch. Denn nachdem man jetzt verstanden hat, es liegt ja alles nur an dir, dass du dich schlecht fühlst. Okay, ja, ich denke mal, er wird da noch drauf, also er muss ja, nach den Anschuldigungen muss er ja safe auch noch irgendwie eine Alternative anbieten. Die Frage ist halt nur, wenn man, also ich bin ja gar nicht gerade eben auf die Idee gekommen, also natürlich ist jede Marke Duff oder was weiß ich, die sind alle rein kapitalistisch und der Mensch an sich ist denen völlig egal, die wollen nur Gewinne machen. Ich weiß nur nicht so, also ich finde es schon eigentlich einen ganz guten Weg, wenn es mal dann langsam losgeht und Firmen sich schon trauen, andere Werbung zu machen. Das finde ich eigentlich schon nicht schlecht. Das ist in Richtung Body Positivity schon in Ordnung. Nur er sagt jetzt gerade, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was er möchte. Also ich verstehe nicht so ganz so, was ist ein Alternativangebot, wenn die Werbung nicht mehr Plus Size oder was weiß ich anbietet. Also TikTok und Instagram sind ja auch nicht die Lösungen. Ich weiß nicht, also ich würde mir jetzt noch so seinen Lösungsansatz vorwünschen für Body Positivity. Er hat gerade gesagt, lieb dich einfach so, wie du sein möchtest. Aber wie soll man das denn machen, wenn man ständig nur bei Instagram und TikTok halt die perfekten Menschen sieht und weiterhin in der Werbung auch nur wunderschöne Menschen sieht, die perfekt dem Ideal entsprechen. Wisst ihr, was ich meine? Sei doch mal stolz. Kam dann schon der nächste Zug. Was, wenn du dich nicht attraktiv fühlst, obwohl man es dir sagt, dass es an dir liegt? Was ist los mit dir? Das erzeugt Stress. Kann ja gar nicht sein, denn jeder ist doch schön. Also muss es hier ja irgendwie dran liegen. Aber das ist leider irrational. Das ist ein unwissenschaftlicher Wunschtraum. Der Hintergrund ist natürlich, dass es für das Selbstbewusstsein gut ist, wenn man schön genannt wird. Und dass man mit mehr Selbstbewusstsein eben mit weniger psychischen Anstrengungen durchs Leben gehen kann. Das ist die gute Seite des Movements. Das ist das Unterstützenswerte. Aber es ist leider viel zu kurz gedacht und viel zu oberflächlich. Und es hat schlimme Nebenwirkungen. Wie man es besser macht, erkläre ich euch am Ende des Videos. Langsam wärme ich mich ein bisschen auf, muss ich sagen. Das Schlimmste, das Toxischste daran ist eigentlich, dass es ein identitärer Kampf geworden ist. Wäre jetzt ein Problem mit diesem automatischen... Riot Don't Diet. Aufstand der widerspänzigen Körper. Mhm, okay. Ich hab das aber auch schon gemerkt. Ich find auch Bodypositivity sehr toxisch. Wenn man zum Beispiel im Twitch-Chat darüber redet, was man sich vielleicht ändern könnte, wenn man manche trainieren und so weiter und so fort, da kommen echt ganz schnell Leute rein und schreiben, Fühl dich doch einfach gut, so wie du bist. Das nervt übertrieben. Ey, push mal den Einzelchat, wenn ihr das auch schon mal gelesen habt oder in irgendeiner Diskussion mitbekommen habt. Auch gerne bei YouTube in die Kommentare schreiben. Das kommt richtig oft, dass Leute dir dann so vorschreiben, dass du dich wohlfühlen müsst. Aber es gibt vielleicht... Aber ich fühl mich vielleicht einfach wohler, wenn ich ein bisschen abgespeckt habe oder so. Das darf doch meine Meinung sein. So weißt du, was ich meine? Das stimmt schon. Die Leute geben dir dann die Schuld, wenn du dich nicht selber wohlfühlst in deinem Körper. Stolz hat, der allem aufobtruiert wird. Beispielsweise sagt, krankhafte Fettleibigkeit ist gesundheitlich bedenklich. Der wird zum Unterdrücker erklärt. Allein diese Worte im Jahr 2022 auszusprechen, führt zu einem Shitstorm. Und das ist eine ziemlich offensichtliche Seite der Toxizität dieses Movements. Also ich bin sehr gespannt. Schaut in die Kommentare, mal sehen, ob ich recht habe. Und Aktivistin wie die Dame in dem 13-Fragen-Format beweist, dass ein Trend aus den USA mittlerweile nach Deutschland geschwappt ist. Nämlich das Abfeiern von ungesunden Verhaltensweisen und die orthodoxe Wissenschaftsnegation. Wir werden immer dicker. Und die Pandemie hat das jetzt wieder... Orthodoxe Wissenschaftsnegation. ...befeuert. Jeder dritte Deutsche hat während der Pandemie zugenommen. Von denen im Schnitt 6,5 Kilo. Ah egal, du hast doch das Recht, dich schön zu fühlen. Nein! Rauf aufs Laufband! Werd das wieder los! Das ist die komplett falsche Botschaft! Kommen wir einfach immer weniger mit den Konsequenzen unseres eigenen Handelns zurecht? Hauptsache Safe Space. Scheiß auf die Konsequenzen. Ich hab da ne Theo... Ich glaube, ich glaube, hier prallen zwei Welten aufeinander. Also ich weiß schon... Ich kann mir schon... Weißt du, hört man mich noch? Ich kann mir schon vorstellen, dass er... Also die grundsätzliche Body-Positivity, dass er das schon gut findet. Aber ich glaube, es ist so ein Mittelding zwischen E-Mails und dem, was ich mir vorstelle, was Body-Positivity ist. Wenn du zunimmst und nicht aussiehst wie ein Model bei Instagram und dich aber wohlfühlst, ist das ja toll. Aber wenn du halt... Und dann musst du auch nicht aufs Laufband oder das abspecken. Aber wenn du viel zu viel drauf hast und das wirklich ungesund ist, dann solltest du nicht durch die Welt stozieren und sagen, ha, das ist so toll, mach das auch oder ich fühle mich super, weil das halt wirklich einfach ungesund ist. Es geht ja auch keiner... Es geht auch keiner dahin und sagt, äh, jo, ich rauche jetzt, aber ich liebe mich selber und ich liebe das Rauchen. Deswegen gehe ich jetzt auch nicht in eine Talkshow und proglam... Und erzähle den Leuten, dass Rauchen toll ist. Oder? Ist das vielleicht ein Trend, der deswegen entstanden ist, weil Influencer mehr Bestätigungen bekommen, wenn sie den Leuten einfach die ganze Zeit Honig ums Maul schmieren und ihnen nicht die unangenehme Wahrheit ins Gesicht sagen? Quasi Lügen für Likes, was so eine Art Kultur sich entwickelt hat? Ernsthafte Frage. Ist eine Theorie von mir. Es ist bequem, sich zu sagen, dass das Problem ja die Gesellschaft ist, die einem einredet, dass das falsch sei. Anzuerkennen, dass es die Biologie ist, die dir sagt, du killst gerade deinen Organismus, ist halt anstrengend und schmerzhaft. Ich meine, am Ende ist es jedermanns eigenes Problem. Wobei, wobei, die Konsequenzen tragen wir ja über die Krankenkassen alle gemeinsam. Also, es geht ja noch weiter. Eine Studie aus dem Jahr 2018 kommt zu dem Schluss, dass diejenigen, die ihr Übergewicht und ihre Adipositas unterschätzten, mit 85% geringerer Wahrscheinlichkeit versuchten, Gewicht zu verlieren, als Personen, die ihren Gewichtstatus genauer identifizierten. Die toxischen Auswüchse dieser Bewegung gefährdet aktiv Menschenleben. Sehe nur ich das so? Und neben diesem Auswuchs, der mich einfach nur an Ideocracy erinnert, muss man sagen, dass Body Positivity einfach versagt hat. Beauty-Trends haben währenddessen weiter dazu geführt, dass sich Menschen schlecht gefühlt haben, dass sie sich gezwungen gesehen haben, einem favorisierten Körperbild anzupassen. Frauen auf der ganzen Welt haben sich an den Kardashians orientiert und sich Implantate in ihren Körper einsetzen. Digga, fucking Kardashians. Also, ich muss nur wirklich sagen, also, das ist auch jetzt wirklich ein Thema, das ist ja so an mir vorbeigegangen, ne? Es gibt ja wirklich niemanden, der mich weniger interessiert als die fucking Kardashians. Es gibt sechs von denen, ich sag's, es gibt nur eine. Oder zwei, hab ich mal gehört. Aber das ist auch wirklich, das find ich krass. Das find ich wirklich krass, Alter. Also, die scheinen ja wirklich ein zu großes Thema zu sein. Ich raff's nicht. Ich raff's wirklich nicht. Also, ich, und ich mein's todernst. Es ist besorgniserregend, wie wenig die in meinem Leben zu tun haben. Krank. Das war natürlich auch mit enormen Gesundheitsrisiken verbunden. Der Brazilian Butt Lift, ja? Sie ist also mindestens eine der gefährlichsten Schönheitsoperationen überhaupt mit einer Mortalitätsrate von 1 zu 3000. Also, nur weil ein bisschen curvy jetzt in war, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem krasse, krankhafte Auswirkungen nach sich gezogen hat. In den 90ern war übrigens das hier der Beauty-Standard. Der sogenannte Heroin-Chic. Guess what? It's back. Ein Aufschrei ging durch das Netz. Leichenartig dünn sein ist jetzt wieder im Trend. Findet ihr das schön? Ich bezweifle nämlich wirklich, dass die Allgemeinheit das überhaupt als schön wahrnimmt. Genauso wie die abstrusen Formen, die dieser Kardashian-Hype angenommen hat. Aber das ist egal. Es passiert einfach. Schönheitschirurgen, wie beispielsweise Professor Dr. Mang, können bestätigen, dass sich Frauen jetzt reihenweise ihre Implantate wieder entnehmen lassen. Beispielsweise auch Influencerinnen. Ja, die Melancholie, die wir jetzt alle spüren in diesen Tagen, die passt natürlich sehr gut zu diesem Heroin-Chic. Und Drogenmissbrauch ist ja nach wie vor ein glamouröses Thema in der Jugend. Also, perfect match, nicht wahr? Make-up-Tutorials, Trenden, die vorgeben, wie man Augenringe vortäuscht oder wie man sich die Augen so schminkt, dass es aussieht. Ja, ich verstehe. Das Problem beim Internet ist halt immer, du kommst nie an einem... Du bist bei einem Internet leider nie angekommen. Also, wisst ihr, was ich meine? Du bist nie angekommen. Es geht immer... Es geht irgendwie immer zu weit. Wo ist das Problem? Make-up-Tutorials, so... Frauen haben sich schon immer geschminkt. So. Oder hübsch gemacht. Oder keine Ahnung was, so. Und dann ist es doch supergeil, dass es im Internet so Tutorials gibt. Aber es gibt immer irgendwelche Vollidioten, die es halt viel zu weit treiben. Und das verzerrt dann das Bild. Das kann das schon... ...sieht, als ob man gerade geheult hat. Auf TikTok schlucken Kids das Diabetes-Medikament Osempic, was dazu geführt hat, dass es Versorgungsengpässe für wirklich Diabetes-Erkrankte gab. Die Anzahl neuer Essstörungen hat sich laut AOK zwischen 2010 und 2016 verdoppelt. Laut aktueller Studie des RKI sind es 21,9% aller Jugendlicher zwischen 11 und 17 Jahre, die an einer Essstörung leiden. Marc aus... Was? Insgesamt 21,9% der Kinder und die Jugendlichen im Alter von 11% zusammen bei den Fragebogen im Rahmen von Kinder schriftlichen Beantwortlichen befinden sich im Hinweis auf ein gestörtes Essverhalten. Was? Erwartung, jetzt liegt der Anteil der Mädchen mit Verdacht auf eine Essstörung mit 28,9% höher als Jungen, wenngleich noch diese Quote keineswegs zu vernachlässigen ist. Alter. Ey, hat er die verlinkt, die Studie? Das finde ich richtig interessant. Holy shit. Es wäre halt super interessant jetzt zu wissen, was das für ein Fragebogen gewesen wäre und wie viele Kinder wirklich gefragt worden sind und so. Ey, das ist halt schon insane. Das ist schon krass. ... aller Jugendlicher zwischen 11 und 17 Jahre, die an einer Essstörung leiden. Magersucht hat eine Mortalitätsrate von 5 bis 10%, meine Freunde. Unter den weiteren Kleidern der letzten Jahre verbargen sich dieselben Serious Size Models. Mittlerweile wieder unverblümt anorektisch. Der Heroin-Schick kommt wieder in Mode und alles ist so wie früher. Von Recht? Versteht mich nicht falsch. Achso, du mein... Ah, ah, okay. Ah, okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Okay, nice. Gruppen, die diesen Begriff genommen haben, und ihn missbraucht haben, um damit Geld zu verdienen oder sich ein besseres Ansehen zu konstruieren. Celebrates Body Environment with Real Women. Ah, okay, also sowas zeigt Quatsch. Es wäre doch jetzt fair an dieser Stelle zu sagen, sie haben doch damit trotzdem positive Impulse gesetzt und in der Gesellschaft etwas zum Besseren verändert, oder? Sie waren schon von Anfang an auf dem Holzweg. Ich lehne Body Positivity ab. Denn auch mit Body Positivity hört eine Sache nicht auf und zwar, dass wir über die Attraktivität von Körpern sprechen. Wertung findet trotzdem noch statt. Nur, dass die Wertung jetzt quasi sein soll, jeder Körper ist schön. Aber das ist objektiv betrachtet völliger Unsinn. Nicht jeder findet alles schön. Nicht jeder kann reich sein. Nicht jeder kann überdurchschnittlich groß sein. So funktioniert das nicht. Das ist unlogisch. Dabei haben wir eine große Entwicklungsaufgabe vor uns, dass wir lernen müssen in der Gesellschaft, Körper nicht mehr abhängig zu machen von Fashion-Trends. Ja, also jeder vernünftige Mensch ist der gleichen Meinung wie er gerade. Aber es ist nicht auch schon so wissenschaftlich bewiesen, dass du, auch wenn du möchtest Menschen, oder auch wenn es dir wichtig ist, was für einen Charakter Menschen haben, den ersten Eindruck hast du doch immer durch sein, also durch das Äußere von jemandem, oder? Ich verstehe halt voll, also safe, so jeder, also das ist das Wichtigste, so dass man nicht so viel in dem Aussehen abhängig macht. Ich weiß nicht ganz, ob das sein Case ist, aber es ist nicht, aber hat er nicht am Anfang gesagt, dass es halt so, also dass es nicht sein kann, dass man wissenschaftliche Studien beiseite setzt und nur sagt, das ist nicht meine Meinung. Aber es gibt doch Studien, die das behaupten, dass so der erste Eindruck äußerlich immer der am prägnantesten ist, oder? Oder bin ich zu objektiv, äh, zu, bin ich zu, zu, äh, wie nennt man das, subjektiv? Nicht werten, durch die Welt zu gehen, ist nicht möglich. Wenn was anderes sagt, lüg, du siehst den Menschen, ja, und bildest dir gewollt oder ungewollt dein kleines Vorurteil. Ja, safe. Und danach geht es dann noch weiter, dass du sagst, yo, äh, ist ja gar nicht so schlimm oder so gut, je nachdem. Aber es ist bei jedem unterschiedlich. Echt? Glaubst du wirklich, es gibt Leute da draußen, die jemanden das allererste Mal sehen und gar keine Meinung zu der Person haben? Das glaube ich nicht. Und das Auftreten von dem Heroin? Ich glaube, das ist auch nicht sein Punkt. Das kann sein. Kann sein, dass ich nicht ganz so schön habe. Schick, macht das jetzt nochmal sehr, sehr deutlich. Wir müssen anfangen, unsere Körper und deren Bedürfnisse ernst zu nehmen und da die Balance zu finden. Nicht die Schönheit, sondern die Gesundheit unseres Körpers. Ich glaube auch nicht, dass es dein Punkt war. Körpers muss im Zentrum stehen. Body Positivity hätte für Menschen wie mich da sein können. Für die, die nicht einfach mit einem Ernährungsplan beispielsweise ihr Anderssein verändern können. Und nicht für Menschen, die ihren ungesunden Lifestyle damit rechtfertigen. Und ich für meinen Teil kann unfassbar glücklich darüber sein, dass ich mein Gesicht eben doch... Stimmt, aber schon. Ich finde das schon sehr, sehr krass. Also durch sein Video, sorry, wenn ich nochmal stoppe, aber ich hatte nie im Kopf Body Positivity irgendwas mit Menschen mit nur einem Auge oder mit schrägen Augen oder mit einer Halbglatze oder mit, keine Ahnung, ohne Mund. Ich habe... An Body Positivity denke ich immer direkt an Menschen, die ein paar Kilos zu viel drauf haben. Das ist wirklich... Also klar, aber logisch. Das gehört zu Body Positivity absolut dazu. Nicht verformt hat, so wie die Ärzte das vermutet haben. Weil ansonsten würde ich hier nicht stehen und zu hunderttausenden Menschen sprechen. Dessen bin ich mir bewusst. Und die, für die diese Bewegung gar nicht da gewesen war, die haben sie toxisch und schädlich gemacht. Der Aufschrei, dass Harry und Schick jetzt wieder in Mode kommt, der zeigt, dass eine gewisse Awareness entstanden ist. Die Erkenntnis, dass wir gesellschaftlich zu stark manipuliert werden. Und hier könnte Body Neutrality die Lösung sein. Positivity sagt, alle Körper unabhängig von ihrem Aussehen sind schön. Neutrality hingegen sagt, das ist völlig egal. Es spielt keine Rolle. Es ermutigt die Personen, sich darauf zu konzentrieren, wie ihr Körper funktioniert und nicht darauf, wie er aussieht. Das hier, der Körper, das ist ein eigener kleiner Fleischroboter, der dein Gehirn spazieren trägt. Und wenn der kaputt geht, hast du ein Problem, weil du da nämlich nicht aussteigen kannst. Also musst du dich drum kümmern und das Getriebe geölt halten. Im Gegensatz zu Body Positivity sagt, richtig, richtig, richtig schön konstruiertes Bild, was er da gemalt hat. Gefällt mir. Die Neutrality aus, dass der Wert der Person sich nicht über die Äußerlichkeit definiert. Erst wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, haben wir es wirklich geschafft. Okay, also da muss ich, also ich glaube, jetzt habe ich es richtig verstanden. Er hat es ja jetzt gerade nochmal gesagt, wir können es gerne nochmal hören. Zu Body Positivity sagt die Neutrality aus, dass der Wert der Person sich nicht über die Äußerlichkeit definiert. Erst wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, haben wir es wirklich geschafft. Okay, es geht nicht um den ersten Eindruck, aber ich, also ich glaube, dass wir, also ich glaube, dass diese Gesellschaft, diese hier, es nicht schaffen wird, diesen Punkt jemals zu erreichen. Wie seht ihr das? Es ist absolut fantastisch, wenn du dich selber schön findest. Aber wenn du es nicht schaffst, zu Fuß in den zweiten Stock zu kommen, dann musst du dringend etwas für deine Gesundheit tun. Und was da auch mit drin steckt, für den Kopf ganz wichtig, dass man sich nicht immer attraktiv fühlen muss als Person. Es ist okay, wenn es Tage gibt, wo man sich eben nicht attraktiv fühlt. Dieser ständige Druck, der kann nämlich extrem frustrierend sein, vor allen Dingen, wenn von jeder Werbeplattform auf jedem Instagram-Profil einem die ganze Zeit Hashtag SelfLove entgegenkommt. Gerade wenn dann so Punkte dazukommen, wie das Altern. Wir bewerten Attraktivität für uns, zwar subjektiv, aber wir bewerten sie. Und zu behaupten, dass wir das abstellen könnten, das ist Humbug. Was passieren sollte, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der uns diese Beurteilung bewusst ist. Also wir uns nicht einreden, dass wir diese Beurteilung nicht ziehen dürfen oder dass das, was wir denken, falsch ist, weil ja alle schön sein müssen, sondern dass wir wissen, dass es eine subjektive Bewertung ist, aber dass sie für die Bewertung der Person als Mensch keine Rolle spielt. Dass wir lernen, das zu trennen. Und das ist, worauf Body Neutrality hinaus will. Das verlangt aber echte Entwicklungsarbeit von Leuten und deswegen ist es anstrengender, als einfach in den Kommentaren ein You Slay Queen zu schreiben. Es ist mir sowieso viel zu royalistisch. Moment, ich heiße Prinz, ich müsste mich eigentlich umnennen. Habe ich recht? Oder bin ich komplett... Es gibt Leute, die sofort in den Abwehrmodus gehen bei so Aussagen, aber es ist einfach wahr. Du kennst ja mein aktuelles Beispiel vor einer Woche. Ja, safe. Nicht so lange es TikTok gibt. Immer jetzt wird unsere Gesellschaft das schaffen, wenn jeder Mensch gleich ist, wird kein Geld mehr verdient. Du hast nicht... Also sorry, aber du hast nicht ganz seine Message verstanden, was er sagen wollte. Darum ging es nicht. Darum ging es nicht. Verrückt geworden. Schreibt es mir mal. Ich habe jetzt gleich ein Auge auf die Kommentare. Und abonniere doch mal bitte diesen Kanal. Da du ja sowieso regelmäßig vorbeischaust, ist das einfacher für uns beide, denke ich. Bis dann, Tschüssikowski. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ab in die Kommentare. Okay. Ey, gutes Video. Gutes Video. Sehr, sehr interessant. Ja. Ich... Kleines Fazit von mir vielleicht. Ich stimme ihm halt... Also ich stimme ihm... Grundsätzlich stimme ich ihm bei einem zu. Nur ich glaube, dass es halt nicht umsetzbar ist, wie er es sich wünscht. Er hat jetzt im Prinzip halt einfach nur gesagt, dass man soll... Also man kann ja Leute attraktiv finden und nicht attraktiv finden. Aber man sollte sie nicht in Schubladen stecken. Glaube ich. Hat er gesagt. Und dieses... Krampfhafte, sich selbst lieben zu müssen, soll auch weg. Und dieses sich selbst lieben, vor allem wenn man halt... nicht gesund lebt, ist auch nicht gesund. Da stimme ich ihm absolut recht. Äh... Da stimme ich ihm absolut zu. Aber ich glaube nicht, dass wir... an... jemals an einen Punkt kommen werden, in unserer... äh... oberflächlichen Gesellschaft. In Zeiten von... von TikTok, Instagram, äh... YouTube. Keine Ahnung. Immer schneller, immer besser, immer toller, immer höher, immer weiter. Äh... Das ist, dass wir da hinkommen, dass der Körper, oder... die gesamte Wahrnehmung anderer Menschen nicht auf dem Äußerlichen bestehen wird. Zumindest für den Ersteindruck. Das ist, dass wir da hinkommen, dass wir da hinkommen, dass wir da hinkommen, dass wir da hinkommen, bis zum nächsten Mal.